ich sehe ja er ist hinter der maracke guckt jetzt auf dich guckt jetzt auf dich hinter der rechten und der linke oder? hinter der letzten hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video vielen dank dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt mein name ist terrortuster und ich bin heute mal wieder mit meinen klaren kollegen unterwegs mit mir im raum ist der andreas wir sind gerade auf dem server connected da haben wir schon schüsse gehört ich hatte meine aufnahme noch nicht mal an als der schuss fiel so schnell ging das und wir sind gestern hier in diesem haus ausgelockt aber die dritte person im bunde ist bei den bracken wo ich gerade hingucke ausgelockt gestern und ist jetzt noch nicht eingeloggt weil wir halt von der richtung schütze gehört haben und andreas und ich rücken jetzt mal vor ich hoffe ihr seid dabei und ich wünsche euch viel spaß wo spornst du genau bei den baracken wenn du also jetzt von valota aus reinkommst für den baracken da sind ja die zwei also da stehen ja die zwei in den drei wochen werden wenn du die hintere reingehst dann müsste ich eigentlich links von der stehen weil du es in der baracke aus das kann ein neben der baracken neben der baracken weiß nicht genau das ist das problem connecte einfach sucht die ganze geht noch mal ah jetzt jetzt bin ich drauf und dann pushen wir jetzt mal hin schon mal inzwischen wenn ich sag euch einfach wenn wir kommen jetzt hinten hier ist irgendwo musikentyp vorsicht wir kommen jetzt hinten an der mauer lang feld lagerrichtung wollen wir rechtsruhe und vom haft vom wasser weiter kommen andreas ja von der küste da war deckung von da hinten kann uns keine umrunden oder da wird auch mal aber wo man hier redet auch mit mir bist du das bist du das bist du an den baracken und rennst wild rum mit dem mp weg weg wo bist du jetzt ich bin weiter von baracken weg also ihr könnt ihn ruhig abknallen ich sehe ja erst hinter der maracke guckt jetzt auf dich jetzt auf dich hinter der rechten und der linken hinter der letzten er zoomt geweckt da geweckt da geweckt der blut ist geweckt da nein er habe ich komme einfach zu euch ist egal butterfly ihr seid auf der straße in der nähe ne da habe ich noch butterfly vielleicht mal nicht so oft wenn die tun das nicht nur länger wenn ich hinter euch bin ich bin hinter euch ein mutter der hier ist das kultusbruch das bin ich und so jemand wissen was nur ist damit ich glaube ich kurz heute noch im neuen hohen wenn er was hat den mit wenn er hat echt ich auch hat deren Glück der Arsch in der Tür er ist tot das ist gut auch schade haben wir im Pech ist so der hat nämlich was voll viel dabei ja gut dass du schon soviel genommen hast was hat du denn so ich kann mich mal zum Gucken alter nächstes mal gut ich und du Dex haben wir alles gut kann ich wieder rauf ich bin jetzt auch wieder drauf ich bin jetzt auch wieder drauf und oh ich hatte aber Glück ich bin nicht angeschossen worden nicht nein und ich bin bei der Mauer vorne na gut na gut super hast du was vor mir ich leg mich mal hin so wer ist vor uns? ich welchem zuerst tat das bist nur du da ich mich nicht mehr groß wie du ausgeschossen hast ich hab mich nicht gleich geschossen und er hat so rum kam habe ich sofort mit SirPerson ihn abgeschossen er hat auch auf mich geschossen aber mich nicht getroffen ok das war der Musi aber da war noch ein anderer weiter hinten wollen wir nicht von Küste kommen ja ok gehen wir von der Küste ja aber hier ist aber zu leichtes Ziel meiner Meinung nach oh hm warte mal vor mir ne ist ok ist ok ja die sind Spawnpumpen die sind Spawnpumpen wie lange wir hier nicht mehr waren ey scheiß Sonnen ne ja wirklich ich seh wieder nix die Sonne ist eigentlich zu krass äh ey stimmt jetzt seh ihr fett Loot wenn er gerade gerestartet ist natürlich aber auch fett Gegner ja das stimmt echt mein Freund wenn der Musi ein Typ der weiterhin gesnibert hat noch lebt dann ist der hier irgendwo im Norden des Feldlagers Pombie läuft zu den Zelten siehst du das wo denn bisschen genauer jetzt läuft er zurück jetzt läuft er zu uns er hat uns nur gesehen also ok da hinten links hinten links hinten links wohin gucke ich sehs ich sehs ich sehs ach können wir uns den holen ja natürlich holen wir uns den das ist ein Kumpel bestimmt ok lass mal hinlaufen jetzt hier ne ruhig 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 beobachtet den ja macht mir Axt oder die M4 macht mir Axt ich bin nur so ich so muss zoomen macht mir sonst mit der Faust jetzt einfach da hinten steht er dann den Rushen die M4 Typen vor ob die in die Volksschlossen ich hab eben dort geschossen ich seh ihn rennen Axt ich noch in der Mauer das sind zwei ne wo den? ich seh nur den einen rechts an der Mauer ist hinten an der Mauer ist noch einer ich seh den ich seh den dunklen pass auf also der eine ist hinten an der Mauer ganz hinten an der Mauer läuft da einer entlang der äh so da siehste die Richtung da wo ich hingucke genau da steht der oder rennt er weiter seh ich grad nicht mehr weil ich hab ja nicht schon der ist da irgendwo ist der da an der Mauer komm wir gehen mal wir gehen mal nördlich komm mal mit Andreas wo bist du? ah der ist im Feldlager der ist im Feldlager drin? ah fuck ja ja ziemlich weit ah bei uns auf unserer Seite hinter uns bist du durch? ja ja ok wer hat geschossen? ja ok die ja scheißdreck ok cover du nach rechts bitte ok was mit dem zombie? aber ich glaub ich mach den doch ja mit was? ja warte ich muss erst mal schieß den kurz der hat sich selber getötet der ist einfach runtergeglitscht ja deck nach rechts Feldlagerrichtung wo ist er? da waren auf jeden Fall zwei das war 100% ich waren das zwei also hier die Gehirn nicht zusammen oder nicht ich weiß es nicht ich glaub das war nicht lang oh er hat geschossen Mensch ich er liegt er liegt er ist down schießen wir die ganze Zeit? einer ist down guck nach rechts mein Gott hab ich dir auch gesagt ich brauche Rechtsdeckung ich bringe den ungefähr nur nach links mit Klotz und auf einmal kommt einer rechts dann sind wir alle tot hast du gesehen wo der zweite Ingram ist? ne äh irgendwo Feldlagerrichtung rechts von uns? oder waren wir das? waren wir das? nein der drüben Baum? über den Gleisen? nein kleiner Baum wo? über den Gleisen ja und dann? sind wo? hä? Richtung Feldlager dahinter jetzt ich seh ihn nicht ah ich seh ihn 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 da von mir.. wo? beim Panzer? da ja ok ich seh ihn nicht mehr.. ey.. er ist noch mal auf der freien Fläche.. so kacke.. ich seh nix.. ich seh ihn nicht.. hinter den Busch ist er.. hinter welchem Busch? ganz linken.. ganz linken.. ganz linken.. ich seh ihn nachladen.. jetzt kannst du mal hingucken.. damit ich sehe wohin.. guck hin.. guck hin.. guck hin.. über den Gleisen der ganz linke.. ja.. pass auf.. oh.. ich baller drauf.. sag doch das so.. ja.. der ist ja schon down vielleicht.. haben wir den vielleicht schon erwischt.. ich seh da nix.. ich laufe links in die Bäume rein.. südlich.. aber es ist gefährlich wenn wir da hinkommen und gucken.. ja.. dort hab ich wenigstens ein bisschen Erdeckung.. ich glaub der liegt da schon.. nee.. da ist auch ein Massengrab von Zombies.. nein.. rechts von dir.. komm lass uns mal mehr.. wir können mal den einen ansehen ob der wirklich tot ist.. ja.. ich renne auch mal in die.. bleib du mal da.. steve.. der ist tot.. der ist tot.. ok.. hat den Namen.. nein.. ok.. der andere hieß Blackfly.. oder wie.. oder Butterfly.. Butterfly.. hieß der.. und jetzt hier im linken ist ein Busch.. ne.. obwohl die zwei Büsche sind.. ja wir haben ihn zuletzt gesehen.. willst du bisschen looten.. soll ich ein bisschen loot.. soll ich.. soll ich.. soll ich kommen oder.. ne bleibt da.. du musst uns nach rechts kommen.. hat.. was hat er der für ne Waffe.. hallo Andreas.. antworten doch wenn du schon.. ja danke.. wo ist der Typ in der M4.. der.. ist irgendwie weg.. ich glaube er ist ins Feldlager reingerannt.. er war bei dem.. bei dem Busch.. wo ich hinschau.. ich seh euch ja selber nicht.. ich seh euch ja nicht.. das ist das Problem.. hier wird links.. dritter Baum.. links im Wald.. dritter Baum.. zwischen uns sind Bücher glaube ich.. da vorne.. ich seh euch.. ich seh euch.. wo läuft.. wo den.. alles.. wo ich hinschau.. im Feldlager oder nicht.. oder.. noch davor.. meinst du da liegt einer.. oder meinst du da rennt einer.. ich glaub.. den hab ich vorher auch gewischt.. ja wir haben ja voll drauf geballert.. ja renn mal hin.. renn mal hin.. ich cover.. ja wart kurz.. soll ich vor.. nein.. nein.. das ist das Massenkraft.. ja das hatte ich auch.. der.. der kann doch nicht einfach weg sein.. der muss ja doch noch liegen.. er ist da 100%.. ach da liegt das.. ja.. hat der nen Namen? nein.. ok.. komm mal zu dir.. ob da ne Mauer noch einer ist? ah ja.. die ist dann klasse.. dann sind da innen.. weg.. die wose.. so.. weg.. die sind.. weg.. nach hin.. weg.. 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 Ich heide, ja? Soll ich den heiden? Kann ich den heiden? Ja, wenn er nix mehr Gutes hat. Ne, ich hab das Wichtigste zugenommen. Ja, das waren jetzt erst mal 3, das ging ja fix, haha. Au, my ups. Er hat noch Aces mit, hab ich ja nix mehr einstecken. Kann noch was nehmen, warte. Nimm du was, ich hab Crunchy Chips von dem Typen gemopst. Wervon kannst du Aces noch einstecken? Oh, ich hab... Ja, ich nehm grad was mit, aber... Da waren nur 2, also eins ist damaged. Und dann heide. Wenn du nur alles hast, heide. Ruined, ruined, ruined. Und ich hab mir schon gedacht, warte, de facto, das gibt's nicht, dass da einfach nicht darum geht. Okay. Wo ich die ganze mit einzelnen Schüssen nicht so wenig geschossen hab. Ich hab irgendwie auf mir der Mosel nicht richtig getroffen. Auf 100 Meter. Fertig? Ja. Ja. Fertig? Ja. Ja, ich müsste sowieso mal essen und so. Essen trinken. Ja. 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 Ja.